55. Von Gottes Eifersucht Dies sind die Geschichten Jakobs eingeschrieben in seine Greisenmine, wie sie an seinen Verschwimmenden, sich in den brauenverfangenden Augen vorüberzogen, wenn er in feierliche Sinnen verfiel. Sei es allein oder vor den Leuten, die unweigerlich eine heilige Scheu ankamen, vor solchem Ausdruck, sodass sie sich anstießen und zueinander sprachen, still, Jakob besinnt seine Geschichten. Manche davon haben wir schon ausgebreitet und endgültig richtiggestellt, sogar solche schon, die weit voran liegen, nach Jakobs Rückreise ins Westland und nach seiner Ankunft da selbst. Aber 17 Jahre bleiben hier auszufüllen mit ihren reichen Geschichten und Wechselfällen, an deren Spitze Jakobs Doppelhochzeit mit Lea und Rahel und das Erscheinen des Ruben stand. Reuben aber war Leas und nicht Rahels, jene gebar dem Jakob den Ersten, der seine Erstgeburt später verscherzte, da er wie ein dahinschießendes Wasser war und nicht empfing ihn und trug ihn Rahel, nicht schenkte ihn dem Jakob die Braut seines Gefühls, noch war sie es nach Gottes Willen, die ihm den Schimeon brachte, den Levi und Dan und Jehuda und irgendeinen von Zehnen bis Sibulon, obgleich sie ihm doch nach Ablauf der Festwoche, da Jakob am fünften Tage von Lea hervorgegangen war und sich beim geselligen Vogelfang etwas erfrischt hatte, ebenfalls beigetan worden war, wovon wir nicht weiter erzählen. Denn es ist schon erzählt, wie Jakob Rahel empfing. Nach Labans des Teufels Veranstaltung empfing er sie erstmals in Lea und war in der Tat eine Doppelhochzeit, die er da hielt, das Beilager mit zwei Schwestern, die eine war es wirklich, aber die andere der Meinung nach, und was heißt da wirklich? In diesem Betracht war Reuben allerdings Rahels Sohn mit ihr erzeugt, und doch ging sie leer aus, die so bereit und eifrig war, und Lea ward stark und rund und fügte zufrieden die Hände darüber zusammen, das Haupt in Demut zur Seite geneigt und die Lieder gesenkt, so daß man ihr Schielen nicht sähe. Sie kam nieder auf den Ziegelsteinen mit größter Begabung, es war die Sache von ein paar Stunden, das reine Vergnügen. Reuben schoss gleich daher wie ein Wasser, als Jakob eilig benachrichtigt vom Felde kam, denn es war die Zeit der Sesam-Ernte, war das Neugeborene schon gebadet, mit Salz abgerieben und eingewickelt. Er legte die Hand darauf und sprach in Gegenwart aller Hofleute das Wort »Mein Sohn«. »Mein Sohn«. Laban drückte ihm seine Achtung aus, er ermunterte ihn, sich ebenso rüstig zu halten wie er selbst, und sich drei Jahre hintereinander einen Namen zu machen, worauf die Wöchnerin in ihrem Frohmut vom Lager herüberrief, »Zwölf Jahre lang ohne Pause wolle sie fruchtbar sein.« Rahel hörte es. Sie war nicht von der Wiege zu bringen, die eine Schaukel an Stricken von der Decke hing, so daß Lea sie vom Bette regieren konnte mit ihrer Hand. Zur anderen Seite saß Rahel und betrachtete das Kind. Wenn es schrie, hob sie es auf und gab es der Schwester, an die schwellende, von Milchadern durchzogene Brust, sah unersättlich zu, wie jene es nährte, dass es rot ward und gedunsen vor Sattigkeit, und presste im Schauen die Hände auf die eigene zarte Brust. »Arme Kleine«, sagte Lea dann wohl zu ihr, »gräme dich nicht, auch du kommst an die Reihe, und es sind deine Aussichten ganz unvergleichlich besser als die meinen, denn du bist, auf der die Augen ruhen unseres Herrn, und auf einmal, dass er bei mir wohnt, kommen wohl vier Nächte oder sechs, dass er sich zu dir tut, wie soll dir's fehlen?« Aber ob auch die Aussichten für Rahel waren, es war Lea nach Gottes Willen, an der sie sich erfüllten, denn kaum, dass sie vom ersten Genesen, war sie schon wieder fruchtbar, und während sie auf dem Rücken den Ruben trug, trug sie in ihrem Leibe den Chimion, und war ihr kaum übel, da er zu wachsen begann, und fand nicht zu seufzen, da er sie hoch verunstaltete, sondern rüstig und wohlgemut war sie bis zum Äußersten und arbeitete in Labans Fruchtgarten bis zur Stunde, da sie mit etwas veränderter Miene befahl, die Ziegelsteine zu richten. Da trat Chimion auf mit Leichtigkeit und nieste. Alle bewunderten ihn, am meisten Rahel, und wie weh tat es ihr, ihn zu bewundern. Es war noch etwas anderes mit diesem als mit dem Ersten, denn wissentlich und unbetrogen hatte Jakob ihn mit Lea erzeugt und war der ihre ganz und unzweifelhaft. Und Rahel, was war es mit dieser Kleinen? Wie hatte sie doch dem Vetter so ernst und lustig entgegengeschaut, in lieblicher Tapferkeit und Lebensbereitschaft, wie zuversichtlich gewünscht und gefühlt, dass sie ihm Kinder bringen werde, nach ihrer beider Bilde, zuweilen auch Zwillinge. Nun ging sie leer aus, da Lea schon das Zweite wiegte. Wie mochte das sein? Der Buchstabe der Überlieferung ist der einzige Anhalt, der sich uns bietet, wenn es gilt, diese wehmütige Lebenserscheinung zu erklären. Er lautet in Kürze dahin, weil Lea unwert gewesen sei vor Jakob, habe Gott sie fruchtbar gemacht und Rahel unfruchtbar. Eben darum. Das ist ein Erklärungsversuch, wie ein anderer erträgt Vermutungskarakter, nicht denjenigen der Ermächtigung, denn eine unmittelbare und maßgebliche Äußerung El Shaddais über den Sinn seiner Verfügung, sei es gegen Jakob oder einen anderen Beteiligten, liegt nicht vor und ist zweifellos nicht ergangen. Dennoch käme es uns nur zu, jene Deutung zu verwerfen und eine andere dafür einzusetzen, wenn wir eine bessere wüssten, was nicht der Fall ist. Vielmehr halten wir die Gegebene im Kern für richtig. Der Kern ist, dass Gottes Maßregel sich nicht oder nicht zuerst gegen Rahel richtete, auch nicht um Leas Willen getroffen wurde, sondern eine belehrende Züchtigung für Jakob selbst bedeutete, welcher nämlich damit in dem Sinne verwiesen wurde, dass die wählerische und weiche Selbstherrlichkeit seines Gefühls, die Hoffart, mit der es hegte und kundtat, nicht die Billigung Elohims besaß. Und zwar, obgleich diese Neigung zur Außerwählung und zügelloser Vorliebe, dieser Gefühlsstolz, der sich der Beurteilung entzog und von aller Welt andächtig hingenommen zu werden begehrte, sich auf ein höheres Vorbild berufen konnte und tatsächlich die irdische Nachahmung davon darstellte. Obgleich, eben weil Jakobs Gefühlsherrlichkeit eine Nachahmung war, wurde sie bestraft. Wer es hier unternimmt zu reden, muss nach seinen Ausdrücken sehen, aber auch nach scheuer Prüfung des bevorstehenden Wortes bleibt kein Zweifel, dass der höchste Beweggrund für die hier erörterte Maßnahme die Eifersucht Gottes auf ein Vorrecht war, welches er durch eben diese Maßnahme durch die Demütigung von Jakobs Gefühlsherrlichkeit als Vorrecht zu kennzeichnen gedachte. Diese Deutung mag Tadel erfahren und wird kaum dem Einwand entgehen, ein so kleines und leidenschaftliches Motiv wie das der Eifersucht sei unverwendbar zur Erklärung göttlicher Anordnungen. Solcher Empfindlichkeit steht es jedoch frei, die ihr anstößige Regung als ein geistig unverzerrtes Überbleibsel aus früheren und wilderen Werdezuständen des Gotteswesens zu verstehen, anfänglichen Zuständen, auf die an anderem Orte einiges Licht geworfen wurde und in denen die Gesichtsbildung Jahus des Kriegs- und Wetterherrn, einer braunen Schar von Wüstensöhnen, die sich seine Streiter nannten, weit mehr arge und ungeheure Züge als solche der Heiligkeit aufgewiesen hatte. Der Bund Gottes mit dem in Abraham dem Wanderer tätigen Menschengeist war ein Bund zum Endzwecke beiderseitiger Heiligung. Ein Bund, in welchem menschliche und göttliche Bedürftigkeit sich derart verschränken, das kaum zu sagen ist, von welcher Seite der göttlichen oder der menschlichen die erste Anregung zu solchem Zusammenwirken ausgegangen sei. Ein Bund aber jedenfalls, in dessen Errichtung sich ausspricht, dass Gottes heilig werden und das des Menschen einen Doppelprozess darstellen und auf das Innigste aneinander gebunden sind. Wozu, so darf man fragen, wohl sonst ein Bund? Die Weisung Gottes an den Menschen, sei heilig, wie ich es bin, hat die Heiligwerdung Gottes im Menschen bereits zur Voraussetzung und sie bedeutet eigentlich, lass mich heilig werden in dir und sei es dann auch. Mit anderen Worten, die Läuterung Gottes aus trüber Tücke zur Heiligkeit schließt rückwirkend diejenige des Menschen ein, in welchem sie sich nach Gottes dringlichem Wunsche vollzieht. Diese innige Verknüpfung der Angelegenheiten aber und dass Gott seine wirkliche Würde nur mit Hilfe des Menschengeistes erlangt, dieser aber wieder nicht würdig wird ohne die Anschauung der Wirklichkeit Gottes und die Bezugnahme auf sie, eben diese hocheheliche Verquickung und Wechselseitigkeit der Bezüge, geschlossen im Fleische, verbirgt durch den Ring der Beschneidung, macht es begreiflich, dass gerade die Eifersucht, als Restbestand leidenschaftlicher Vorheiligkeit am allerlängsten in Gott zurückgeblieben ist, sei es als Eifer auf Abgötter oder etwa auf das Vorrecht der Gefühlsuppigkeit, was aber im Grunde dasselbe ist. Denn was wäre das zügellose Gefühl des Menschen für den Menschen, wie Jakob es sich für Rahel gönnte und dann in womöglicher verstärkter Übertragung für ihren Erstgeborenen? Wie wäre es anders als Abgötterei? Was dem Jakob durch Labern geschah, mag noch mit Recht zum Teile wenigstens als notwendiger Gerechtigkeitsausgleich in Hinsicht auf Esaus Schicksal verstanden werden, als eine Aufrechnung zulasten dessen, dem zu gefallen, die Störung des Gleichgewichtes erfolgt war. Bedenkt man aber andererseits Rahels dunkles Los und erfährt man dann gar, was der junge Josef auszustehen hatte, dem es nur durch äußerste Klugheit und anmutigste Geschicklichkeit in der Behandlung Gottes und der Menschen gelang, den Dingen die Wendung zum Guten zu geben, so bleibt kein Zweifel, dass es sich um Eifersucht reinsten Wassers und eigentlichsten Sinnes handelt, nicht um die allgemeine und abgezogene auf ein Vorrecht, sondern um höchstpersönliche Eifersucht auf die Gegenstände des abgöttischen Gefühls, in welchen es rächend getroffen wurde, mit einem Worte um Leidenschaft. Nenne man das einen Wüstenrest, so bleibt doch wahr, dass gerade erst in der Leidenschaft das tosende Wort vom lebendigen Gott sich recht erfüllt und bewährt. Nachdem man gesehen, wird man sagen, dass Josef, so sehr sonst seine Fehler ihm schadeten, für diese Lebendigkeit Gottes sogar mehr Sinn besaß und gewandter Rücksicht darauf zu nehmen wusste als sein Erzeuger. Rücksicht auf der Leidenschaft und der Leidenschaft von der Leidenschaft von der Leidenschaft